Herzlich willkommen zur 222. Folge hier bei TB5 Simulation zusammen mit dem Daniel, Erik und dem Noel und ich bin die Reihe ins Land. Servus. Servus. Jo. Bringst du gleich eben den Ranger mit rüber und packst die Säcke drauf und fährst dann den Ranger wieder rüber damit wir da auch noch die Düngersäcke mit drauf machen können. Bis die Düngersäcke abgepackt werden können dass sie dreimal mischen, damit der Düngersteuer erstmal voll ist, mein Freund. Ja, Maestro. Dann okay, werde ich den Ranger aber kurz in die Garage stellen oder hol den damit? Auf den Ranger packen wir hinten noch was drauf. Er will das mit Vito machen. Ja, aber auf den Ranger packen wir hinten noch was drauf. Er will es trotzdem mit dem Vito machen. Er kann es ja noch mal extra rauskommen. Mach das mit Vito. Obwohl, ich glaube, Noel kann mich über verschiedene Ecks gerne mit Vito machen, würdest du? Ja, weil der Vito halt dein Lieblingsfahrzeug ist. Ja. Und ja, wir kaufen uns immer mal einen Vito Transporter. Wenn wir einen neuen Versuch mal wieder aufnehmen, dann können wir den Ranger als Transporter machen. Danke, dann kannst du dir übrigens auch die Säcke reinschmeißen. Und dann wird ja auch als kühle Variante, dass du sowas wie Käse damit fahren kannst. Ja, woher blues? Ja... Ja. 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 Ne. Ja. 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 Aber wäre dann nicht nur das so gefreut? Ach, voll, ist auch der Tote stark. Was denn? Ich habe überlegt, ob ein Anhänger fast mit höheren Bordwänden sind. Ja, mit höheren Bordwänden wäre vielleicht geil, der kriegst du mir mit, aber du musstest auch alles erst mal produzieren und runter und so. Haben wir nicht sogar den TB betraut, den F.O. Williams? Haben wir, ja. Ich frage ja nur. Natürlich kann man hier auch eine zweite Lager oder sowas geben. Ich glaube, bei dem anderen ist das schön. Obwohl der eine sagt, der nur halb gefüllt ist, dass die da mal echt lustig ordentlich sagen, ne? Ja, die fühlen sich aber so stetig durch, ne? Das zieht sich richtig hoch. Das sieht eigentlich echt gut aus. Ich meine, die Säcke sehen an sich ganz geil aus. Genüftiges Ding, aber auch. Die Säcke sehen klein aus. Oh je, das ist der Maschine Feldball auseinander. So schlimm. Na ja, die ist bei 90%. Daniel, stellst du dir mal in die Garagen los, du bist die andere, fast. Ja, ich habe jetzt noch 500 Liter, die mach ich mal leer. Ja. Wenn ich die aufgeladen habe, mal eben schnell, äh, verpaare ich erst die Fugelkarte. Kannst du auch machen. In dem Verkaufsdel, also in diese Brutze ist hinten links in der Ecke, so eine freie Palette, da muss ich nicht drauf. Ja. Okay, das ist gut. Es gibt nur 1x3. Wow. Ja, ich würde es nicht nachdenken. Das ist gut. Ja, ich muss mal die Tür mal wieder sonnenblenden, ich guck, gerade die Sonne strahlt so mitten auf die Tür, und hinterher dann ist das immer so besonders schlau, wenn die Sonne eben richtig drauf dreht. Hier ist halt Sonne. Die Abendsonne ist richtig schön durchs Dachkanzler durchs Dachkanzler durchs Dachkanzler. Bei mir ist es auch bewölkt. Das war jetzt bei mir richtig freier Himmel, wo hinterhängt, die sind aber so richtig nüftige Röden. Warte, das ruf nach dem Bild. Ich hab gehört, der blickt dagegen, wenn ich nochmal eine Flur mit Diesel hole, oder? Bestimmt. Passt. Es gibt Dinge, die schaden die. Brauchst du, ich hab dann gerne schöne Arbeite? Kannst du gerne, wenn ich alles schaden würde? Puh. 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 Man sieht, mein Hörlefer erst, er er vorbeizieht, ich guck eben aus dem Fenster, kommt wieder... Puh. 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 nein 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 äh 3000 3000 mit dem Dritten Auffüllen weil wir fassen insgesamt nur über 8300 was ist denn musst du aber nachschauen von welchem du äh Das sind die oberen 2.3000 und die unterste mit dem Rest dann. Also ey, was machst du sonst eigentlich gerade? Dieselfahren. Das kannst du ja eigentlich sofort in den Heels für Insekten abladen. Kann ich machen. Das sind doch sehr viele. Ooooooh! Uuh! Die Tankstelle ist ganz schön niedrig. Ah, ausgemessen. Ausgemessen. Das passt so. So, lassen wir mal in das Festchen reinlaufen. So, Tempomat stellen wir mal auf... 45. Wenn du Spanngurtes gut hast, kannst du mit Vollgas langsteppern, ey. Na, hast schon. So, wird er geblitzt. Wie man einfach richtig laut das Geld runterklappern hört. Ja. Wer wird eigentlich gerade geblitzt? Ich nicht. Niemand. Ja, wo ich gerade geblitzt wurde, hat 43 Euro gekostet. Ich bin gerade noch umfällig. Ich konnte nicht geblitzt werden. Daniel, hast du wieder die Sehmaschine zu schnell gezogen? Ja. Ich fahr wahrscheinlich zu schnell von Einkaufsstelle zum Verarbeiter. Oh, ja. Leute, das Geld wird langsam knapp. Heiler. Da fällt mir ein Vermieterstab aus der Hosentasche. Äh, ich brauch aber hier Geld für Dünger, ne? Dann hör mal auf zu tanken. Ja, so viel kostet das doch nicht. Sagt ihr, nachdem wir gerade noch über 50.000 haben? Richtig. Wie viel Sprit würdest du denn kaufen? Wart kurz. Ich hab jetzt, ich hab mir ein bisschen tanken, dann gehen wir jetzt von 5.000 Euro aus, so. Ja, das war 8.000 Liter fast. Ne, 20.000. 25.000? Ach, das war das große, stimmt. Ich hab das 32.000 Liter fast gemacht und hab das jetzt nur zu 62% vollgemacht. Du hast dich doch geschossen. Wie Liter sind das? 20.000 Liter. Hallo, Neu. Willst du mir erst immer helfen, oder willst du erst springen? Ey, ich helfe dir jetzt erst. Ich fahr jetzt nicht hoch, um dann wieder runter zu fahren. Kann der ja rückwärts reinfahren zu fahren? Ey, ich fahr da vorwärts rein. Oder so. Ich schau hier hinten, da treff ich mal einfach rum, zack, rum, umgedreht. Warum klappst du die Rampe runter? Damit das höher ist hier vorne. Dann werfen wir rein, Neu. Dann werfen wir rein, Neu. Dann werfen wir rein, die Säcke. Achso, da hinten müssen die aber hin vom Prinzip. Die müssen ganz da hinten, ja. Ja, verstehe. 1, 1, 2. Okay. Pass 1, 1, 2. So viele Schaufeln brauch ich. Nein, wie klar ist er das meins? Ne, das passt nicht. 2, 1, 1. Äh, 2, 2, 1. 2, 2, 1. Wie viel passt denn in eine Schaufel rein? 2, 2, 1. 2, 2, 1. 2, 2, 1. Dann bist du aber bei 10.000 Liter. Da hat's doch gepasst. Nein, du brauchst 1,5, 1,5, 1. Äh, ich hab aber wirklich die Schaufeln voll gemacht. Ja, aber da passen dann nur 8.000 Liter rein. So, 3.000, 3.000, 2.000. Ich guck gleich einfach. Also 1,5, 1,5. Boah, das ist wie bei der Entrücklung hier, wenn man ein Haus renoviert. Boah, Luki, schau mal, der halbe Sack hat 60 Euro noch gebracht. Du schraub mal deine, warum müsst du denn immer so losbrühen? Das Lustige ist, ich rede hier einfach ganz so raus. Nein. Nein. Doch, ich rede ganz normal. Und das würde ich auch anders anhören. Luki. Ich rede ganz normal. Doch, für mich ist es ganz normales Reden. Ja, jetzt redest du das so aus. Aber warum ist dann so ein heftiger Unterschied zwischen Reden und Reden? Ja, da kann ich ja nicht für, aber ich rede ja ganz normal. Für mich ist es ganz normales Reden. Ja, so ist jetzt ganz normal. Aber grad eben hast du wieder so... Da erfahren wir, warum da zwei halbe Säcke dabei sind. Nur das Lustige ist, dass ihr immer die Einzigen seid, die das sagt. Das sagt im echten Leben keiner. Ja. Ja, wahrscheinlich fängst du den echten Leben nicht an zu brüllen. Ja. Ja. Mit Headset auf dem Kopf ist jetzt alles anders. Ja, ich hab Headset auf dem Kopf, weil darüber spreche ich jetzt. Ja. Es geht ja nicht, weil du sprichst oder was du auf den Ohren hast. Ja. Hast du wahrscheinlich noch beide Ohrmuscheln auf, oder? Ja. Ja oder nein? Ja, natürlich. Ja. Dann wirst du so viel, viel leiser als wenn du die Ohren nicht auf hast. Das hat einen guten Grund, warum ich immer nur eine aufhabe. Erstens muss ich mein gutes Ohrmuscheln schützen. Nee, ich hab auch immer gar nicht drauf. Aber ich hab einen Rückkehrton aktiviert. Das heißt, du hörst dich selber, oder? Ja, also ich hör mich genau in der Millisekunde, wo ich sowas sage, selber. Und deswegen kann ich nicht rumbrüllen, weil ich mir dann selber dieses Gehör kaputt machen würde. Das zügelt mich manchmal ein bisschen. Das ist aber auch ganz hilfreich, weil dann kann ich halt nicht einfach immer lauter und immer lauter und immer lauter werden. Ja. Du hast Vorteil noch, oder? Nuki, kannst du das auch aktivieren? Nein. Doch. Ja, wo denn? Sag ich nicht, muss ich ehrlich fragen. Ich hab das über Stealthy über... Ach, die 500€ sonstige ist eh... ja, nix, halt, einkauf. Aber was wollte ich ihm grad sagen, wie er sagte, dass ich so losgeholt hab? Ich wollte ja irgendwas erzählen. Ähm, erstmal wolltest du abmoderieren. Ich danke schön fürs Zuschauen, wenn ihr zu fragen habt, lasst ein Like, wenn ihr auf Abo oder aufschaut und kriegst es mal vorbei, wenn es wieder heiß und los wäre. Servus. Servus. Das hat keiner gesehen. Nur äh, das ist das Wubel 2 1 1.